ihr lieben so von der annette habe ich ein geburtstagsgeschenk bekommen das habe ich heute mal hier rüber gelegt ah ja stimmt falsche freunden glauben gerichter echte freunde glauben an dich ja dann ziehen wir das hier um an der kuschelzone vorbei und tun studio im halben büro hier induktionsladeschale dj kopfhörer ersatzhandys und was war hier nicht alles so haben nun ja ja von geräten und alles was man so braucht ja dann sind wir hier hoch gegangen und hier habe ich noch einen kleinen fehler eingebaut das heißt wenn jemand die tür öffnet dann hat er den ganzen kladrat schilling wäre natürlich blöd also die weiter und davon hin das war mühevolle kleine arbeit aber wie ihr seht es lohnt sich